Führt, deutsche Presseagentur schrägstrich Lübü minus knapp 40 gestillene Fahrräder mit hohem Wert hat die Polizei im Keller und der Hobbywerkstatt eines Mannes im mittelfränkischen Fürth sichergestellt. Es handele sich überwiegend um Püdelix mit einem Gesamtwert von rund 50.000 Euro teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstag mit Punkt durch einen Zeugenhinweis waren die Ermittler demnach dem 36-Jährigen auf die Spur gekommen und durchsuchten daraufhin Ende März verschiedene Räume. Die Kriminalpolizei konnte bislang 23 Fahrräder konkreten Diebstählen zuordnen. Der Tatzeitraum erstrecke sich von Juli 2018 bis März 2022 wobei der Großteil der Diebstähle in den Jahren 2021 und 2022 stattgefunden habe hieß es Punkt der Mann soll die Fahrräder aufbereitet und anschließend im Internet zum Kauf angeboten haben. Bilder der Rede die bislang noch keinem Besitzer zugeordnet werden konnten hat das Polizeipräsidium bei Facebook und Twitter veröffentlicht. Copyright Deutsche Presse Agentur Info com Deutsche Presse Agentur Doppelpunkt 220414999212083 Die Kriminalpolizei